Herzlich Willkommen, mein Name ist Pat Hock und heute ziehe ich Fazit zu den Special Releases 2022. Ich habe es mir vor kurzem zur Aufgabe gemacht, die 8 Special Releases, die 2022 erschienen sind, hier im Video vor der Kamera zu verkosten. Es gab 8 Videos zu den 8 verschiedenen Abfüllungen und heute final in einem 9. Video möchte ich noch mal kurz Fazit ziehen, auf jede einzelne Abfüllung noch mal ein Stück weit eingehen und tatsächlich auch etwas tun, was ich bisher in meinen Videos noch nie getan habe. Ich werde Schulnoten vergeben. Jede dieser Abfüllungen bekommt von mir 3 Noten. Die erste gibt es für Geruch und Geschmack, die zweite Note gibt es für den Preis und aus diesen beiden ergibt sich eine dritte Note, eine Gesamtnote und aus der ergibt sich später auch ein Ranking, also welcher Whisky ist auf dem ersten Platz bis zum letzten Platz. Und darum geht es im heutigen Video, weil das wollte ich jetzt nicht irgendwie an das letzte Video zum Lagavulin hängen, wäre zu umfangreich geworden. Von daher final zusammengefasst nochmal meine Eindrücke. Ja, angefangen habe ich das Ganze mit dem Cameron Bridge, 26 Jahre. Der Einzige, der so ein bisschen bei den Special Releases raussticht, zum einen, weil er der Älteste ist mit seinen 26 Jahren, zum anderen, weil es kein Single Malt Whisky ist, sondern ein Single Grain Whisky. Und die sind umgangssprachlich so ein bisschen als Industrie-Whisky verschrien. Ich bin der Meinung, die haben in Form des New Make schon kaum einen Eigengeschmack. Die können nur so gut sein wie die Fässer, in denen diese Single Grains reiften. Und wenn Sie hier schon draufschreiben Refill Casks, was auf Deutsch übersetzt so viel heißen kann, wie ausgelutschte Fässer, naja, da passiert da auch nach 26 Jahren nicht viel. Und ich finde den Whisky völlig austauschbar. Und wenn ich jetzt da meine Noten vergeben müsste, kriegt der Aroma und Geschmack die Note 4. Und was den Preis betrifft, muss ich ihm leider die Note 6 geben, denn es gibt bei unabhängigen Abfüllern gleich alte Single Grain Whiskys für fast den halben Preis. Also ich sehe es hier nicht ein, für eine, naja, mittelmäßige Qualität knapp 300 Euro in die Hand zu nehmen, da gibt es ganz andere Whiskys dafür. Daraus ergibt sich dann bei diesem Cameron Bridge die Gesamtnote 5. So, danach kam der Mordlach. Ja, der zweitteuerste innerhalb dieser 8 Special Releases mit 270 Euro. Und dafür kommt er ohne Altersangabe. Ich fand den Whisky nicht schlecht, er war relativ einfach, hat ein paar schöne Aromen gehabt, ist in Ordnung. Also 70 Euro würde ich für den Whisky ausgeben, aber bitte keine 270. Von daher bekommt er, was Geruch und Geschmack betrifft, die Note 3 minus von mir. Und auch hier im Preis die Note 6, also das ist einfach fast schon unverschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, danach habe ich den Cadou probiert, mit 16 Jahren. Und der hat mir tatsächlich geruchlich und geschmacklich von allen 8 Special Releases am besten gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen, der ist in Rumfässern nachgereift, passt schön zu dem Brennereicharakter von Cadou. Die Fahrstärke fördert das Ganze auch. Wie so an den Strand versetzt gefühlt, an so eine Tiki Bar mit einem süßen Cocktail, das hat gepasst. Also tropischer Flair ohne Ende. Thema erfüllt, hat mir gut gefallen. Preislich ist er mit seinen 180 Euro natürlich brutalst ambitioniert. Aroma und Geschmack gebe ich ihm die Note 2. Was den Preis betrifft, muss ich ihm leider eine 4 minus geben. Er gibt unter dem Strich die Gesamtnote 3. Danach hatte ich den 10 Jahre alten Oben. Und ich muss sagen, ich war da so noch so ein bisschen gebrannt, Mark vom Vorjahr. Denn ich habe im Video das Special Release von Oben aus dem Jahr 2021 probiert. Der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich persönlich fand den völlig nichtssagend für viel Geld. Jetzt ist dieser 10-Jährige hier der günstigste innerhalb der Special Releases mit 115 Euro. Das ist für die Eckdaten immer noch viel Geld. Ich fand den allerdings nicht schlecht geruchlich und geschmacklich. Ja, da war der durchaus solide. Oben sagt man immer so einen leichten Torfrauch nach. Im Video hatte ich den nicht. Ich habe den Rest aus der Flasche aber nochmal in einer ruhigen Minute probiert. Und ganz, 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 ganz spät im Abgang hatte ich ein Fünkchen von Rauch. Also eine solide Qualität. Gefällt mir 2022 besser als Release wie im Jahr davor. Ich hätte mir halt, wie gesagt, gewünscht, dass er zweistellig bleibt. Dann hätte ich ihm beim Preis auch eine andere Note gegeben. Geruch und Geschmack kriegt er eine solide 3 von mir. Preislich kriegt er eine 4 von mir. Er gibt eine Gesamtnote 3 minus. So, danach ging es weiter mit dem Singleton auf Glenort mit 15 Jahren. Toller Whisky. In Weinfässern nachgereift. Solides Alter. Schöne Fassstärke. Da ist der Preis von 135 Euro fast schon fair. Also der hat mir geschmacklich auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde auch den Preis einigermaßen annehmbar. Das ist so für mich das beste Gesamtpackage dieser Singleton 15. Geruch und Geschmack kriegt er von mir eine 2 minus. Für den Preis kriegt er eine 3. Er gibt eine Gesamtnote 2 minus. Danach hatte ich den Kleinlich mit 12 Jahren. Gefinisht in Olleroso und Petro Jimenez Sherry Fässern. Ist für mich vom Stil her völlig anders als der 14-Jährige. Dieser 12-Jährige hier, der ist gut trinkbar mit seiner Fassstärke. Die steht ihm auch gut und hat durch dieses Sherry Finish so ein bisschen Aromen von Altherrenzimmer, Tabak und solche Geschichten. Also durchaus solide und interessant im Geschmack. Allerdings mit 200 Euro völlig krass. Ja, bepreist. Also heftig. Warum muss der 200 Euro kosten? Dementsprechend fällt halt auch hier die Note aus. Für Geruch und Geschmack gebe ich ihm die Note 3. Für den Preis eine 5. Er gibt eine Gesamtnote von 4. Danach ging es mit den rauchigen Whiskys los. Thaleske, 11 Jahre. Lightly Peated steht drauf. Leicht rauchig. Also A fand ich den nicht leicht rauchig. Ich fand den schon ordentlich rauchig. Und B hat er mich weniger an Thales geinnert. Eher an einen Kalila. Und wäre es ein Kalila, dann hätte es auch gestimmt mit dem Lightly Peated. So fand ich ihn völlig untypisch. Endet aber nichts an der Tatsache, dass es ein schöner Whisky ist. Also ich fand den gut. Auch wenn er untypisch ist. Aber sehr maritim. Schön rauchig. Schönes Teil halt. Preislich, ich meine mit 124 Euro, oder was er kostet, auch überhaupt nicht günstig. Geruch und Geschmack kriegt er eine 2 minus von mir. Für den Preis kriegt er eine 4. Er gibt eine Gesamtnote 3. Ja und last but not least hat man Lager Wulin mit 12 Jahren. Der erscheint ja jedes Jahr innerhalb der Special Releases 2022. Allerdings mit einer Besonderheit. Nicht nur Expertenfässer. Hier ist diesmal ein gewisser Anteil Virgin Oak mit dabei. Den du aber nicht wirklich riechst und schmeckst. Also für den Lager Wulin empfand ich den als sehr rauchig. Nicht komplex als Whisky, aber der Rauch sehr komplex. Der hat so viele Facetten mitgebracht, der hat schon Spaß gemacht. Von daher kriegt er von mir, was Aroma und Geschmack betrifft, auch eine 2 minus. Allerdings preislich liegt er mittlerweile bei 140 Euro. Wenn ich überlege, vor ein paar Jahren war er noch zweistellig. Preislich eine 4 minus. Von daher Gesamtnote 3 minus. Daraus ergibt sich dann ein Ranking. Ich starte jetzt einfach mal mit dem letzten, mit dem achten Platz. Geht dann rauf bis zum ersten Platz. Ich schreibe euch dieses Ranking auch unten in die Videobeschreibung rein und verlinke das jeweilige Video. Könnt am Ende lockerflockig draufklicken. Seht das Ranking nochmal in der Übersicht. Und wenn euch dann ein Whisky interessiert, klickt da einfach auf den Link. Kommt ihr zu meinem Video. Auf dem achten Platz, auf dem letzten Platz, der Single Grain Whisky, der Cameron Bridge mit 26 Jahren, mit der Gesamtnote 5. Auf dem siebten Platz, der Mordlach ohne Altersangabe, mit der Gesamtnote 4 minus. Auf dem sechsten Platz, der Kleinlich mit 12 Jahren, Gesamtnote 4. Was den fünften und den vierten Platz betrifft, die haben die identische Gesamtnote. Allerdings habe ich mich dazu entschieden, den Whisky, der mir von den beiden besser geschmeckt hat, höher im Ranking zu platzieren. Bedeutet, auf dem fünften Platz ist der Oben 10 Jahre, mit einer 3 minus. Und auf dem vierten Platz, der Lagavulin mit 12 Jahren, auch eine 3 minus. Dasselbe bei Platz 3 und 2. Identische Gesamtnote. Der Whisky, der mir von den beiden besser geschmeckt hat, höher im Ranking. Bedeutet, der Thaleske 11 Jahre auf dem dritten Platz, mit einer Gesamtnote 3. Der Cadou 16 Jahre auf dem zweiten Platz, auch eine Gesamtnote 3. Und ja, der Gewinner, Trommelwirbel, hätte ich im Vorfeld nicht gedacht, aber gewonnen hat der Singleton auf Glenort mit 15 Jahren. Riecht gut, schmeckt gut und ich finde den Preis, wie gesagt, mit 135 Euro fast schon fair für das, was der Whisky darstellt. Er ist auch in Form von Originalabfüllung, wie gesagt, eher für den asiatischen Markt vorgesehen. So einen alten Glenort hier in Deutschland probieren, schwierig, aber hier ist es möglich und ich finde das fast fair. Lustigerweise, es gibt von diesen 8 Special Releases 4 davon auch in 0,2 Liter Flaschen. Und es ist mir nach den ganzen Videos erst aufgefallen, als ich mein Ranking zu Papier gebracht habe. Es gibt 4 mal diese Whiskys in 0,2 und es sind lustigerweise genau die 4 Whiskys, die bei mir auf Platz 1, 2, 3 und 4 landen. Kurioser Zufall, ne? Aber so kann man, wenn man sich für diese 4 genau interessiert, auch mal über 0,2 Liter Flaschen dem ganzen nähern. Natürlich sind auch die sau teuer, aber da muss man schon keine 0,7 Liter Flaschen kaufen. Wenn man mich jetzt wirklich fragt, ich möchte nur einen dieser Special Releases probieren, muss ich sagen, empfehle ich als einzigen so richtig den Singleton auf Glenort mit 15 Jahren, weil da für mich das Gesamtpackage einfach das Beste ist. Riecht toll, schmeckt gut und der Preis einigermaßen fair. Das war mal mein Ranking, wie gesagt, mein subjektives Ranking, kein allgemeines Fazit, mein Empfinden. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare rein, was ihr von diesen 2022er Special Releases haltet. Dass die teuer sind, wissen wir, da brauchen wir uns jetzt nicht irgendwie die Köpfe einschlagen, was die Preise betrifft oder das ständig diskutieren. Man weiß es, aber mir geht es jetzt eher um Geruch und Geschmack. Welche von diesen 8 Releases habt ihr schon probiert? Wie haben die euch geschmeckt und was war euer Favorit? Das würde mich mal interessieren. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!